Buonasera, benvenuto, guten Abend, herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Generalkonsul Cotafavi, lieber Herr Itzo, lieber Franco Mantini und vor allem lieber Giuseppe Tonatore und liebe Mariana und liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Kinos, des italienischen Films, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur Eröffnung des 20. Filmfestivals Versusud. Es ist mir eine große Freude, dass Sie heute Abend wieder, wie all die Jahre zuvor, auch schon so zahlreich gekommen sind und nicht nur zur Eröffnung des diesjährigen Festivals, sondern, ich habe es gerade schon gesagt, zu unserer 20. Jubiläumsausgabe von Versusud. Ich freue mich sehr, dass Sie uns über all die Jahre die Treue gehalten haben und ja, das zeigt tatsächlich, wie interessant, lebendig und beliebt der italienische Film, das italienische Kino hier in Frankfurt ist. Darüber freue ich mich sehr. In den kommenden zwölf Tagen bis zum 12. Dezember zeigen wir auch in unserer Jubiläumsausgabe wieder eine spannende und interessante Auswahl an aktuellen italienischen Produktionen, italienischen Filmen. Die meisten dieser Filme waren bislang noch nicht in Deutschland zu sehen. Einige, und darüber freue ich mich auch sehr, zeigen wir als Preview vor dem Bundesstaat hier in Deutschland. Es gibt also auch in diesem Jahr wieder sehr viel Interessantes zu entdecken und ich nenne mal gerne ein paar als kleiner kursorischer Durchlauf durch unser Programm. Zuerst Pagetti Story, den Erstlingsfilm des italienischen Regisseurs Ciro Riccardo, Filme, die auf berührende Weise von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise erzählen, wie Piccola Patria von Alessandro Rosetto, Miele, den Regie-Debü-Film der bekannten Schauspielerin Valeria Golino, Tutti Contro Tutti von Rolando Ravello, L'Intrepito von Gianno Amelio, zwei Filme, die wir als Preview vor dem Bundesstaat zeigen, wie gerade schon gesagt, La Mafia uccide sole d'estate von Pierfrancesco di Liberto, eine Komödie über die Mafia, und Il Capitale Umano von Paolo Virghi, Italiens diesjährigen Kandidat für die Nominierung zu den Oscar-Auszeichnungen. Und vielleicht haben Sie tatsächlich das Glück, am nächsten Mittwoch oder am Mittwoch in einer Woche den nächsten Oscar-Preisträger zu sehen. Wenn Ihnen die Filme gefallen, freuen wir uns sehr, wenn Sie sie weiterempfehlen. Besonders freue ich mich persönlich auch sehr, weil mir der Dokumentarfilm sehr am Herzen liegt, dass wir in diesem Jahr auch drei Dokumentarfilme mit dem Programm haben. Allen voran Sacro Gra, der im letzten Jahr beim Filmfestival in Venedig als erster Dokumentarfilm überhaupt den großen Preis der Jury gewonnen hat und den wir am kommenden Sonntag zeigen. Und last but not least In Grazia di Dio, den wir am morgigen Abend in Anwesenheit des Regisseurs Eduardo Vinspier und der Schauspielerin Celeste Cacciaro zeigen. Ein Film, der in Apulien gedreht ist, also nicht alle Filme müssen in Rom spielen, sondern der italienische Film entdeckt auch seit einigen Jahren wieder die Regionen in Italien. Und In Grazia di Dio ist in Salento gedreht, in Apulien. Und ich freue mich sehr, dass wir morgen Abend die beiden Protagonisten hier haben. Ganz besonders aber freuen wir uns natürlich, die Hommage in diesem Jahr einem der interessantesten, talentiertesten, bekanntesten und nicht nur in Italien bekanntesten Regisseuren widmen zu dürfen und zu können, Giuseppe Tannatore. Und benvenuto noch einmal, sehr, sehr herzliches Willkommen, Giuseppe Tannatore. Ja, ungewöhnlicherweise eröffnen wir Versesud nicht mit einem aktuellen Film, obwohl Cinema Paradiso oder der italienische Titel Nuovo Cinema Paradiso eigentlich nicht passender sein könnte. Er erzählt, und das passt auch sehr gut zu unserer Jubiläumsausgabe, von der Liebe zum Kino, von der Liebe zum Film und von dem Kino als einem magischen Ort, als einem Ort der Träume. Und wir alle werden heute Abend daran noch einmal teilnehmen können. Viele von Ihnen kennen diesen Film schon, das weiß ich. Ich selber liebe ihn auch sehr und ich glaube, viele von Ihnen auch. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie so zahlreich auch hier sind und den Film noch einmal sehen wollen. Gedreht hat den Giuseppe Tannatore 1988, also vor fast genau 25 Jahren. Nuovo Cinema Paradiso ist aber auch deshalb ein so schöner und passender Film für die Eröffnung von Versesud, für die Eröffnung hier heute Abend, weil er sehr schön zu unserer aktuellen Sonderausstellung über Filmtheater passt, die wir in der vergangenen Woche eröffnet haben. Nuovo Cinema Paradiso stand ganz am Anfang von Giuseppe Tannatore's Karriere, so überaus beeindruckender Karriere. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Regiepreis in Cannes, mit dem Oscar und mit zig anderen Filmpreisen. Er wurde auf vielen Festivals weltweit gezeigt. Ich denke, Sie alle wissen das. Und er ist auf vielfältige Weise in den Gedächtnissen und in den Köpfen vieler Menschen präsent. Viele lieben ihn, das weiß ich, und viele denken sofort, wenn es an Kino geht, an diesen Film, Nuovo Cinema Paradiso. Er ist aber auch auf vielfältige Weise mit dem eigenen Leben von Giuseppe Tannatore und mit seinem Werdegang verknüpft. Zum einen sind die Lebensumstände der Filmfigur Salvatore und die des Regisseurs Giuseppe Tannatore sehr, sehr ähnlich. Beide haben ihre Kindheit in Sizilien, der 1940er und 1950er Jahre verbracht. Beide haben den Ort ihrer Kindheit und Jugend verlassen, in dem Fall von Giuseppe Tannatore Sizilien, und beide haben ihre Liebe zum Kino und zum Film zum Beruf gemacht. Von dieser Liebe zum Film und zum Kino hat Giuseppe Tannatore in all seinen Filmen auf vielfältige und unterschiedliche Weise erzählt. Und sie begleitet ihn eigentlich schon fast sein ganzes Leben. Angefangen hat er als Fotograf und danach folgten einige Dokumentarfilme, bevor er dann sein Spielfilmdebüt Il Camorista gedreht hat. Seitdem hat er, ich glaube, acht Spielfilme gedreht und ich freue mich sehr, dass wir in unserer diesjährigen Hommage einige davon zeigen können, zum Beispiel Lomo delle Stelle von 1995, La Legenda del Pianista sul Oceano von 1998, La Scono Scuta von 2006 und am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr zeigen wir Baria oder Baria. Ich weiß nie genau, wie mir das richtig ausspricht und ich freue mich auch sehr, dass wir das zeigen können. Heute Nachmittag haben wir schon seinen aktuellen Film gezeigt, La migliore offerta, The best offer, der italienische Titel und der internationale Titel. Und es ist wirklich eine große Ehre, einfach so viele Filme von ihm hier mal zeigen zu können, weil ich weiß, Giuseppe Tornatore ist einer der italienischen Regisseure, die in Deutschland am meisten geliebt und gekannt werden. Und mit all diesen Filmen können Sie in den nächsten Tagen ein Wiedersehen oder ein erstes Sehen feiern und verbringen. Im Anschluss wird Giuseppe Tornatore mit Franco Montini noch mal ausführlich über sein Werk sprechen und auch darauf freue ich mich schon sehr. So, jetzt komme ich zum schönen Teil, zum noch schöneren Teil meiner kurzen Begrüßungsansprache, nämlich dem Dank an all die Partnern, Unterstützer und Förderer, die uns und Versa Sud seit so vielen Jahren Treue halten und unterstützen und ohne die es Versa Sud tatsächlich gar nicht geben würde. Allen voran natürlich Made in Italy, Franco Montini, da ist er, vielen Dank. Er wurde gerade schon als Signore Versa Sud bezeichnet und das ist er, glaube ich, auch. Und seine beiden Partner, Francesco Bono und Piero Spilla, dann natürlich dem italienischen Kulturministerium, in Rom, dem italienischen Generalkonsulat, Herr Cotta Fabi, da ist er, auch Ihnen vielen Dank. Den italienischen Kulturinstituten hier in Frankfurt, Christina Di Giorgio, ich glaube, viele von Ihnen kennen Sie und lieben Sie genauso wie ich, ist leider Ende Oktober nach Hamburg entfleucht und uns leider verlustig gegangen, aber ein herzlicher Gruß hier aus Frankfurt nach Hamburg. und Lucio Itzo, dem Institutsleiter des italienischen Kulturinstituts in Köln. Auch Ihnen vielen, vielen Dank. Ja, dann im Kairos-Filmverleih dem Team der Casa di Cultura, allen voran Mere Condotta und ihrem Team für ihre tatkräftige Hilfe und Unterstützung über all die Jahre der italienischen Handelskammer hier in Frankfurt, Maria Laura Wacca zu nennen und Maria Crones für die Übersetzung. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich sehr, dass Cristiano Gotta Fabi noch einige Begrüßungsworte an Sie richten wird. Dann ist Herr Itzo dran und dann wird Giuseppe Tonatore Sie auch noch begrüßen. Und dann, irgendwann, fängt Mubocinema Paradiso an. Ja, liebe Monika und liebe Freunde, da wir alle den Film gerne sehen möchten, werde ich sehr kurz reden. Alle Leute sind ja schon begrüßt worden, aber erlaubt mir doch ein paar Worte auf Italienisch zu sagen. Verso Sud compie 20 anni, ecco, quindi avere Maestro Tornatore con noi in questa occasione incredibile, beh, è emozionante. Grazie di essere venuto, grazie di aver partecipato. Come sapete tutti, Verso Sud è una idea vincente che nel tempo si è andata trasformando. All'inizio era semplicemente una presentazione di buoni film italiani dell'ultima produzione, poi piano piano, invece, grazie alla partecipazione, appunto, anche di istituzioni ufficiali, come Made in Italy, eccetera, si è pensato proprio di farne quasi una borsa, ecco, una presentazione degli ultimi nuovi film. E se prendete il catalogo vedete che durante la settimana Monica Haas ha organizzato tutta una serie di nuovi registi italiani che si affacciano, che si sono affacciati, di recente sulla scena cinematografica, italiana. Contemporaneamente, però, si è voluto anche creare una forma di retrospettiva, di ricordare al mercato tedesco quanto il cinema italiano produce, a quanto l'Italia crede nella sua cinematografia e a quanto è importante che ogni paese, Monica diceva, ci fa sognare il cinema. No, non è solo che ci fa sognare. Il cinema vuole anche descrivere la realtà e qualche volta proporre anche delle soluzioni a una realtà che oggi certamente non è facile per nessuno, nemmeno per l'Italia. Credo di aver detto un po' tutto. Abbiamo, mi sono scritto un po', ma non ho bisogno di elencare tutti i grandi che sono passati qua in questo cinema. Ho visto che avete messo fuori delle fotografie molto carine in cui si vedono nel 1977 conferenze con i cineasti di allora. Vorrei soltanto dirvi che come Consolato Generale d'Italia sono contento, ma anche fiero, ogni anno, di poter essere qui a darvi questo piccolo saluto e che continui per altri 20 anni, spero, ancora questa iniziativa. Grazie. Signore Ezzo, jetzt sind Sie dran. Noch ganz kurz, jetzt habe ich den Namen vergessen. Genau, Herr Joachim Lüderwald soll bitte dringend nach draußen kommen aus irgendwelchen dringenden Gründen. Damen und Herren, liebe Freunde, guten Abend. Consentitemi di continuare in italiano, intanto in omaggio al nostro pubblico italiano e al nostro ospite d'onore. Also ich möchte einige Worte sagen, ich möchte Sie bitte auf italienisch sagen, für Sie und für unseren Ehrengast. Innanzitutto grazie al Consul Generala Gottafari, a Monica Ass, a Franco Montini, perché hanno reso possibile e rendono possibile da molti anni questo bellissimo Festival Verso Sud. Vielen Dank an den Herrn Geragans, von Skull, von Kotafari, von Monica Haas, von Franco Montini, weil für viele Jahre haben wir das hier haben können, dieses wunderbare Film Festival. E naturalmente un grazie a tutti quelli che in Germania e in Italia hanno contribuito a renderlo possibile. Und vielen Dank natürlich an alle die in Italien und in Deutschland das einfach möglich gemacht haben. Un ringraziamento speciale naturalmente a Giuseppe Tornatore, che è naturalmente uno dei soltanto massimi registri italiani ma che illustra la cinematografia italiana ai vertici mondiali. Weil das ist einfach ein irrengast der das italienische kino, das italienische film, den italienischen film am besten repräsentiert. Und die tatsache der uns heute hier ehrt mit seiner Anwesenheit zeigt, dass Verso Sud einfach so wichtig geworden ist in den letzten 20 Jahren. E per me der Haas gesagt hat das italienische kultur für das italienische kultur Frankfurt hat geschlossen im Rahmen eines umstruturierung processes und jetzt wird das ganze von dem italienischen Institut für Kultur in Köln betreut. Questo naturalmente non cambia assolutamente nulla in termini della continuità della presenza culturale italiana che in primo luogo assicurato nella persona del Consul in generale ma che è comunque assicurato in ogni sua forma sia per quanto riguarda le attività di promozione culturale sia per quelle di promozione linguistica. Das änderti gar nichts an unserer in Frankfort für die italienische kultur für das fördern die italienischen weit zusammenleben mit Deutschland und deswegen ist auch der Herr General Zulkota Fabi ein sehr wichtiger Punkt. E naturalmente c'è tutto l'impegno dell'Istituto di Kulture di Kolonia e mio personale naturalmente affinché questa manifestazione in particolare possa continuare per altri 20 anni come lei ricordava e naturalmente possibilmente non solo continuare ma anche crescere. Und ich kann Ihnen versichern im Namen von italienischen Institut für Kulture in Köln dass wir alles daran setzen werden das ganze Engagement haben werden damit diese Institution dieses Festival weitergehen wird für weitere 20 Jahre und mit dem gleichen Erfolg. Bene, grazie e buona visione. Vielen Dank. Giuseppe Tonatore per favore. Sehr gut. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Adesso al di là delle frasi di circostanza sono veramente molto contento di essere qua. Ringrazio Monica Haas per le belle cose che ha detto prima. Ich möchte mich bei Monica Haas bedanken für die ganz ligen worte die die gehabt hat vorhin. Il console Cottafavi il direttore dell'Istituto di Natricultura di Colonia Lucio Itzo di Colonia non dico bene. Curta Favi bedanken auch für den Direktor des Instituts der Italienischen Kultur in Köln Herr Itzo ringrazio soprattutto Franco Montini perché l'animatore di questa iniziativa che da vent'anni prosegue con successo è lui è lui e quindi dobbiamo ringraziarlo e sperare che continui a lungo ancora a mandare questa meravigliosa iniziativa. Per il resto che dirvi sono felice di essere qui anche perché questo film nuovo cinema paradiso è un film che mi sorprende sempre. cosa voglio dicare sono molto froh che qui sono perché il nuovo cinema paradiso è un film che mi immer di nuovo è un film che mi è un film da pochi giorni a una proiezione del film a Los Angeles e sono stato sorpreso perché il pubblico ha reagito esattamente come accadeva venticinque anni fa le prime uscite del film e quindi essere dopo pochi giorni da Los Angeles qui a Francoforte a riparlare di nuovo cinema paradiso in una sala cinematografica mi dà l'illusione che il film sia uscito da poco e che io stia facendo la promozione in giro per il mondo Quindi grazie a voi per darmi questa gioia e naturalmente poi ci vedremo dopo la proiezione se avete delle domande da fare sarò a vostra disposizione Buon divertimento Viel Spaß Jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Programmpunkte bevor Nuvo Cinema Paradiso losgeht Das eine ist ein Rätsel das ich Ihnen mit auf den Weg gebe Es gibt nämlich eine kleine Szene in Nuvo Cinema Paradiso in der wir Giuseppe Tornatore als Schauspieler sehen Ganz zum Schluss als kleiner Hinweis und vielleicht erkennen Sie ihn ja Es ist eine Rolle die eigentlich Federico Fellini zugedacht war die Giuseppe Tornatore dann gekonnt übernommen hat und das zweite ist Antonio Balbi von der Casa di Cultura der ein Bild in 3D ganz filmisch und ganz passend für Giuseppe Tornatore noch überreichen möchte Das ist für Sie Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend. Buongiorno. Buongiorno. auch Mary Condotta, auch Stefano, Stefano Scarlatti, weil die Idee dieser Manifestation so ist, quasi für einen Spiel mit ihnen. Also wir haben sehr viele Dankeswort für Medien in Italien gehabt, aber ich möchte mich auch bei Frau Condotta und vor allem bei Herrn Scarlatti bedanken, weil mit ihm das Ganze begonnen hat. Sie sagen immer, dass alle Filme, in irgendeiner Art von Autobiografen sind. Ich möchte erst einmal fragen, wie es Autobiografie gibt in diesem Film, und wie Toto und Giuseppe Tornatore sind. Also man sagt immer, dass jeder Film irgendwo in einer Autobiografie ist, deswegen möchte ich damit beginnen und Herrn Tornatore fragen, inwieweit ist dieser Film eine Autobiografie, und inwieweit ist Toto Tornatore? Ja, es ist schon wahr, in jedem Film ist immer etwas von einem selbst drin. In Cinema Paradiso, per quanto me riguarda, non c'è soltanto qualcosa di Autobiografico, perché non c'è n'è moltissimo, solo qualcosa. Cinema Paradiso ist, was mich betrifft, jetzt nicht etwas. Es gibt schon ein paar Sachen, aber das ist keine Autobiografie. Was mich überrascht, wenn ich jetzt den Film sehe, nach so vielen Jahren, ist der Autobiografische Aspekt, der von mir komplett herausgefunden wurde. Aber das kam danach. Also als ich den Film geschrieben habe, bloß die Idee, dass ein junger Mensch aus Sizilien, aus der tiefsten Provinz, so ein wichtiger Regisseur werden könnte, das war für mich Utopie. Und diese Utopie kann man nicht als Autobiografie bezeichnen. Aber dann haben sich die Dinge so entwickelt, dass wir dazu gekommen sind, dass es diese Idee entstanden ist. Aber wirklich, ich bin so scaramantisch. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte mir nie eine Geschichte ausgedacht, wo ein junger dann so ein wichtiger Regisseur wird, weil ich wäre nie darauf gekommen. Es gibt einen sehr kleinen Teil, der Autobiografisch sein könnte. Das ist das Verhältnis zwischen dem jungen Mann oder dem jungen Kind und dem Kino und dem Zeigen der Filme, dem Raum, wo die Filme gezeigt werden. Und dann gibt es eine fast profetische, autobiografische Funktion. Und Sie haben ihn wohl alle erkannt. Also in der letzten Sekunde, wo die ganzen Küste zu sehen ist, da kann man ihn auch sehen in dem Raum, wo die Filme gezeigt werden. Also wo der Operator steht. All'epoca avevo molti più capelli e meno barba. Gut, damals hatte ich mehr Haare und weniger Bart. No, in realtà, quello fu una specie di incidente. Ne, das war aber in der Wahrheit wirklich ein Unfall fast. Non volevo farla io quella apparizione. Alla fine fu quasi appunto un obbligo. Es war nicht so geplant und am Ende wurde es fast zur Pflicht, dass ich da sein sollte. In realtà, io mi ero fissato di proporre a Fellini di apparire lui. Also ich hatte mich einfach darauf fixiert, dass ich Fellini dort haben wollte. come Projezionista della sequenza dei Baci Tagliari. Als Operator, der eben diese Szene mit dem Italien mit den Küssen zeigt. Era un'idea romantica mia, insomma. Il grandissimo Regista. Das war so eine romantische Idee von mir, so einen großen Regisseur dabei zu haben. C'è grande Fellini, che appare per due secondi come Projezionista della sequenza. Lo riconosco, un'idea molto romantica. Also Fellini als Operator für zwei Sekunden oder für zwei Minuten Sequenz, das war für mich, das war wirklich eine romantische Idee. Ich gebe es zu. Però io all'epoca ero talmente determinato, che riuscì a proporrelo. Aber ich war damals so entschlossen, dass ich ihm tatsächlich das vorgeschlagen habe. E utilizzai come ambasciatore di questa proposta il produttore del film, che con Fellini aveva fatto Amarcord e La Naveva. Und deswegen habe ich den Produzenten als Botschafter eingespannt. Und der Produzent hatte mit Fellini damals Amarcord und La Naveva gemacht. Cristaldi accettò, amò molto la mia idea romantica. Cristaldi fand meine romantische Idee total klasse. E scritto una lettera a Fellini. Und schrieb Fellini tatsächlich einen Brief. Questo mi stupì. Das überraschte mich. Perché io mi aspettavo, che lo chiamasse al telefono e io dicessi al telefono. Denn ich hätte einfach erwartet, er rufe die jetzt an und sagte immer es am Telefon. Invece evidentemente lui voleva, che rimanesse una documentazione. Aber wahrscheinlich wollte er, dass irgendjemand ein historisches Zeugnis davon bleibt. Er schrieb also einen Brief an Fellini und erklärte, was meine Idee war, was der Sinn des Filmes war und so weiter. Fellini rispòse con un'altrettanta lettera. Fellini schrieb einen Brief zurück. In cui ringraziava, si sentiva honorato dell'idea, diceva di avere sentito del mio progetto dal comune amico Notarianni, che jene aveva parlato al lungo, etc., etc. Also er fühlte sich geehrt, er hat sich natürlich bedankt, er hatte von meinem Projekt gehört, von einem gemeinsamen Freund, dem Herrn Notarianni, der ihm von meiner Idee gezählt hatte. Und dann sagte er, wenn ich ihr wäre, a mettere Fellini all'inizio di quella sequenza, dann würde ich Fellini nicht wirklich in diese sequenz einbauen. Denn das ist doch der gefühlsbetonteste überhaupt von dem ganzen Film. C'è, allora, nel momento più emozionante del Film, la gente dirà, ma è Fellini? Und da werden die Leute sagen, aber das ist doch Fellini, oder? Si, si, è lui. Ja, das ist er. E un come se invecchiato. Wie alt ist er geworden? Ha pochi capelli. Der hat zu wenige Haare auf dem Kopf. E diceva, la mia presenza rovinerebbe hat er gesagt, also wenn ich da bin, dann würde ich wahrscheinlich das Ende des Filmes einfach zerstören. Ci vorrebbe uno sconosciuto. Man müsste jemanden haben, den keiner kennt. Ci fatelo fare a tornatore. Das soll tornatore machen. Ich habe dann die große Ehre gehabt, ihn kennenzulernen. Persönlich. Ne parlamo e lui mi disse che non era una delle sue strategie per dire no. Und er sagte, das sei jetzt nicht ein Vorwand gewesen, um nein zu sagen. Ma manche era conmigo. Io credo che avesse ragione. Aber er war wirklich davon überzeugt und ich glaube, er hatte recht. Senti, tutta la tua filmografia sembra essere un approdo e una fuga dalla Sicilia. In fondo, quasi ogni volta c'è un film sulla Sicilia e quello dopo lontano dalla Sicilia. Ecco, qual è il tuo rapport con la memoria e con la tua terra? In deiner ganzen filmgeschichte scheint es uns so zu sein, dass du jedes Mal zu Sicilien hingezogen fühlst, dich hingezogen fühlst und davon wieder wegrennst. Also mal, du machst einen film über Sicilien und der nächste film ist dann wieder nicht mehr in Sicilien und dann wieder doch. Also was ist dein Verhältnis zu diesem Land, zu diesem Gebiet? Das ist sehr kompliziert. Selbstverständlich liebe ich Sicilien. Das ist meine Herkunft, da habe ich die wichtigsten Jahre meines Lebens gelebt. Ich bin sehr spät von Sicilien weggegangen. Ich wollte sofort nach der Oberschule weggehen. Aber ich habe Sicilien tatsächlich mit 27 verlassen, endgültig. L'autore del Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, diceva che i Siciliani dovrebbero lasciare la Sicilia massimo a 18 anni. Giuseppe Tomasi di Lampedusa meinte, man sollte Sicilien mit 16 Jahren maximal verlassen. Diceva perché dopo i 18 anni è già tardi. Denn danach mit 18 da ist es schon viel zu spät. Diceva la crosta si è già formata. Die crosta hat sich schon geformt. E per crosta intendeva come dire tutto l'insieme di ciò che in genere viene indicato come i difetti dei Siciliani. Und die crosta mit crosta meinte ja das was wir normalerweise unter den schlechten Seiten der Siciliana verstehen. Io sono andato via a 27 anni. Also ich habe Sicilien mit 27 verlassen. La crosta era Die crosta war schon da. E quindi tra tutti questi difetti avevo già assorbito quello secondo me più perverso e cioè la mare la Sicilia più quando si è lontani che non quando si è lì. Und von den ganzen schlechten Seiten die man haben kann habe ich einfach die perverseste übernommen. Das heißt man liebt Sicilien mehr wenn man weg ist als wenn man dort ist. E questa è la complessità a cui accennavo prima. Und deswegen è schwierig. Ho una memoria costante su questa terra su mio rapporto con questo luogo meraviglioso per me. Ich liebe Sicilien ich habe ein enges Verhältnis zu Sicilien ich habe viele Erinnerungen die mich an Sicilien binden. Però la memoria in genere distilla l'impianto dei ricordi. Aber das Gedächtnis funktioniert so wie ein Filter mit den Erinnerungen. Come ho raccontato in una pura formalità la memoria ti fa dimenticare le cose dolorose. Invece quando vai lì e ci rimane un po' di tempo e quando man dort bleibt da kommen wieder die Sachen hoch die einem wehtun die einen Konflikt zu bereiten und muss man wieder weg. Devo sempre andar via per riamare quel mondo come io in realtà lo amo. Das heißt ich muss diese Welt verlassen um diese Welt so zu lieben wie ich sie tatsächlich liebe. Ich glaube dass dein cinema zwischen vielen qualitär und qualitär noch più preminente ist la tua capacità di construire delle immagini una capacità visionaria chied 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 also eine der besten eigenschaften von einem kinomachen ist dass du einfach bilder erzeugst mit deinen filmen und hängt das damit zusammen dass deine karriere eigentlich als fotograf begonnen hat sicuramente sì sicherlich anche se la fotografia war importantissima per la mia formazione also fotografie war für meine professionelle bildung sehr wichtig aber ich habe damit begonnen nicht weil fotografie an sich so eine Anziehungskraft auf mich ausübte ich liebte Kino schon als ich klein war doch da wo ich lebte gab es einfach keine Chance mit dem film zu experimentieren da war nichts was ich tun konnte in der Richtung ma frequentando la camera oscura del mio maestro fotografo capì ancora di più che in fondo la fotografia fosse un clone del cinema del processo del cinema per stampare una fotografia dovevi proiettare il negativo sulla carta sensibile negativ auf das Papier zeigen era l'allegoria di una sala cinematografica per an sicchio horizontal e vertical ora di macchina da presa 35 mm o 16 mm in meinem Dorf gab es keine 35 oder 16 mm Kameras damals ma qualche macchina fotografi in giro c'era aber es gab foto Kameras allora ho cominciato a usare la macchina fotografica ma pensando al cinema da habe ich angefangen zu fotografieren aber eigentlich dachte ich schon an das kino quindi per molti anni sono andato in giro sempre con la macchina fotografica in spalla sempre viele jahre lang hatte ich die kamera immer dabei überall also von meinem alter von zehn jahren bis zu dem ich 25 jahre alt war hatte ich immer eine fotokamera dabei und da bin ich immer rumgelaufen und habe die Leute beobachtet habe einfach geguckt wo ergibt sich ein Moment wo das wirklich interessant wird und das war im Prinzip eine Regieschule die nicht gewollt war aber die da war weil man Leute beobachtet und guckt wie sie sich bewegen stundenlang ist eine lezion meravigliosa weil dann man hat und das ist eine wunderbare schule also wenn ich jedes mal wenn ich eine Szene probiere sehe ich sofort wenn irgendwas nicht klappt wenn irgendwas schiefläuft an der Mimik und ich glaube das liegt einfach daran dass ich fotografie mich beeinflusst hat aber eher von dem Gesichtspunkt der Regie her also einem anthropomorphischen Gesichtspunkt und nicht was jetzt die Schönheit eines Bildes betrifft und ästhetik die composizierung der image hat viele Jahre fotografie hat ein bisschen hat zu haben ein defekt das nicht nur des Siciliani ist natürlich zu haben die sensazione zu verstehen was ist die bilanzierung oder disarmonie der relation der Form in eine Quadratura und sicherlich die Ästhetik und das Zusammensetzen der Bilder oder der Elemente in einem Bild hat mich zu einem anderen von diesen schlechten Seiten die nicht nur den Sizilian angehört gebracht und nämlich zu meinen zu verstehen wann ein Bild balanciert ist ausgeglichen ist was fehlt was kann man noch hinzufügen also ich sehe immer noch wenn ich einfach auf eine Szene gucke sich sofort was fehlt was ist zu viel da was soll weg und was soll hinzukommen aber meine Mitarbeiter sagen das ist eine schlechte Seite von mir wird fast immer von Ennio Morricone geschrieben wie entsteht einfach der Soundtrack von einem Film Machen war aber es wurde sehr viel gesprochen und ich habe auch selber sehr viel gesprochen von meinem Verhältnis verhältnis zu Morricone aber ich werde immer wieder gefragt wahrscheinlich habe ich nicht genug erzählt davon aber wir haben sicherlich einen sehr eigenartigen Verhältnis zueinander das über meine Meinung hinausgeht was ich von der Bedeutung der Musik in dem Kino geht da gibt es ja viele Meinungen darüber es gibt sogar Regisseure die Filme ohne Musik machen würden weil Musik der nichts verloren hat und sie machen wunderschöne Filme also diese Philosophie ist an sich ganz und gar nicht verkehrt aber für mich war Film und Kino immer so eine Kontaminierung von verschiedenen expressiven Methoden also Malerei Musik Musik Film Bild denn für mich ist ein Film einfach ein bisschen von allem zusammen dann mit Morricone war ein Besonderes weil es war eine Intesa die verabschiede über den Rapport kannonischen Regisse und Musiker Aber die Begründung mit Morricone war etwas Besonderes, denn wir verstanden uns sofort, und zwar über dieser Ebene von Regisseur und Musikautor hinaus. Ich war schon die erste Mal sehr beeindruckt von seiner Humildad. Das erste Mal war ich sehr davon überrascht, wie bescheiden er ist. Und er hatte einen sehr, sehr hohen Respekt für mich, was ich absolut unverständlich fand. Ich hatte einen Film gedreht, einen einzigen. Er ungefähr 400. Also für mich war das sowieso eine Ehre, dass er für mich arbeiten wollte. Und zu sehen, wie er seine sehr große Erfahrung einfach zu meinen Diensten stellte, zu Diensten von einem Regisseur, der wirklich sehr wenig Erfahrung hatte, das hat mich sehr imponiert. Also ich liebte seine Musik, ich hatte sehr großen Respekt für ihn, ich wusste alles über ihn. Und lange Zeit später habe ich ihn dann gefragt, warum er sich so gestellt hat mit ihm damals. Und da hat er gesagt, ich habe das Drehbuch gelesen und das kommt einfach von daher, das war so. Und deswegen war unser Verhältnis sehr, sehr speziell. Also wenn ich eine Idee habe, dann gehe ich nicht zu ihm, wie ein Regisseur zu einem Musikmacher hingeht. Ich gehe zu ihm, weil ich eine Idee habe und mit ihm darüber reden möchte. Er hat auch viele Musiken geschrieben für Filme, die ich nie gedreht habe. Manchmal habe ich eine Idee, ich rede davon mit ihm und er ist sofort Feuer und Flamme. Da schreibt er, da lässt er mich was hören und die diskutieren darüber und wir ändern was. Und dann macht man keinen Film. Und wir gehen zu einem anderen Projekt über. Und in plus, es gibt eine Sache, die uns sehr interessiert. Ich habe immer liebte die Idee, dass die Musik in einem Film, in einem Film, natürlich, mit den seltenen Verhältnissen der Szene, also mit den seltenen Verhältnissen der Film, und nicht nur, wenn der Film schon fertig ist. Darüber hinaus ist meine feste Überzeugung, dass die Musik die gleichen Rechte hat wie das Drehbuch. Das heißt, die Musik entsteht nicht danach, sondern parallel dazu. Und deswegen machen wir das so, wenn ich eine Idee habe, entwickle ich die Idee, er entwickelt die Musik parallel, wir reden darüber, wir machen Änderungen, wir verwerfen einiges, aber ich weiß, wenn ich dann wirklich anfange den Film zu drehen, ich weiß schon welche Musik da sein wird. Und wenn ich dann den Film zu Ende stellen muss und es den Produzenten zeigen muss, da muss ich mich einfach nicht auf andere Musiken basieren, auf ältere Musiken, das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Ich gehe zurück auf die Musik von meinem Film. Poi decidiamo di cambiare la strumentazione, di fare delle modifiche, ma la Musik è quella. Selbstverständlich kann es dann passieren, dass es Änderungen im Nachhinein gibt, aber die Musik in ihrer ursprünglichen Form bleibt dieselbe. Ich glaube, dass tutte queste cose, messe insieme, più proprio un'amicizia, proprio di reciproca ammirazione, rispetto, spiega questo tipo di rapporto, che stupisce molti. Und ich glaube, das Verhältnis zwischen uns beiden, was sehr viele überrascht, besteht aus diesen vielen Faktoren, aus der Freundschaft, die uns verbindet, und aus dem gegenseitigen Respekt. Ah, è così, insomma. Es ist aber so. Mi emoziona sempre verificare come un uomo di 80 anni, adesso ne ha 86, che da sempre, la notte prima di andare a registrare le musiche, non riesce a dormire, perché è ansioso. Ich fühle mich immer gerührt, zu sehen, wie ein Mensch, also in America, mittlerweile 86 Jahre alt, die Nacht, bevor er anfangen soll, die Musik aufzunehmen, kann er nicht schlafen, er ist nervös. Und das überrascht mich immer wieder. Und das nach 460, 470 Filmen, che uno abbia ancora ansia, dass jemand noch so nervös sein muss, mi da una bella energia, mi piace. Das gibt mir selber Energie, diese Sache gefällt mir sehr. L'impressione a proposito di questo argomento è che Contessi sia un po' ripetuto il connubio che Morricone aveva avuto con Sergio Leone, cioè qualcosa di più di un semplice rapporto professionale. E l'importanza della musica nel tuo cinema, come in quello di Sergio Leone, è determinante. Das heißt, das Gefühl, das man hat, ist, dass das Verhältnis zwischen Dio e Morricone so ziemlich an das Verhältnis zwischen Morricone und Leone erinnert. Also in den Filmen von Leone war Musik auch eine sehr wichtige Geschichte und das ist bei deinen Filmen ja genauso. Ma io questo non lo saprei dire, perché ci sono stati molti registri nella carriera di Ennio che hanno fatto, se non tutti, quasi tutti loro film con lui. Ci sono stati tanti. Also in der carriere di Morricone gab es sehr viele Regisseure, die fast alle ihrer Filme mit Morricone gedreht haben. Quindi io non saprei, non mi viene di dire che con me è nata la stessa chimica che c'era stata con Leone. È troppo immodesta, non lo so, è una tematica spinosa. Deswegen könnte ich, ich würde es nicht wagen zu sagen, dass zwischen Morricone und mir das gleiche Verhältnis besteht wie damals zwischen ihm und Leone. Però quando penso che ha fatto, non so, quasi tutti i film di Montaldo, se non tutti, quasi tutti i film di Bolognini, quasi tutti i film di Petri, che quando lo chiamò la prima volta, faccio una frase un po' più lunga, scusami. Quando Petri chiamò Ennio la prima volta per indagine su un cittadino, Petri gli spiegò il film, Ennio accettò, e poi Petri gli dice, ah, ti dico subito una cosa, io cambio ogni film che faccio, cambio musicista. Quindi non ci rimanere male. Questo è il primo e l'ultimo. Da quel film fino a quando è morto, Petri ha fatto tutto con Morricone. Also Morricone hat mit Montaldo, mit Bolognini und mit Petri alle ihre Filme gedreht und bei Petri gibt es eine Anekdote. Also bei dem ersten Film, Indagine su un cittadino, hat er halt Morricone engagiert und hat er mir sofort gesagt, hör mal zu, sei mir nicht böse, nimm's nicht persönlich, ich wechsle immer die Leute, die meine Musik machen. Also das wird der erste und auch der letzte Film sein, den wir zusammen machen. Ja, und seitdem hat er alle Filme mit ihm zusammen gemacht. Deswegen glaube ich, Morricone hatte dieses besondere Verhältnis zu vielen Regisseuren. Ich glaube, wenn jemand jetzt aus dem Publikum irgendwelche Fragen stellen möchte, das wäre jetzt der richtige Moment. Bitte schön. Sekunde, da kommt das Mikrofon. E buonasera. Buonasera. Guardi, io intervengo per una cosa, mi ha fatto rivivere la mia giovinezza da quando ero piccola, solo di aggendo, e già le può dire, dico tutto. Guarda, è stato veramente favoloso quello che ha messo su Tutte Insieme e mi ha fatto ricordare anche che io mi ricordo che ad Agrigendo c'erano le marionette che presentavano e in una sala che era un mulino, noi ci portavamo le sedie e si faceva la rappresentanza delle marionette. Anche qualche pezzo di quel cioè ho rivissuto veramente, guardi. Grazie. Veramente molto, molto bello. Also ich konnte meine Jugend wieder erleben. Ich komme aus der Regent und das war einfach fantastisch, was ich jetzt auf der Leinwand gesehen habe. Und es hat mich daran erinnert, dass in der Regent es ein Puppentheater gab. Also wir waren eigentlich in einer Mühle, wir haben die Stühle mitgebracht und dann haben wir diese Puppen einfach spielen lassen und deswegen möchte ich mich bei Ihnen sehr, sehr bedanken. Buonasera, Signore. Buonasera. Ho due domande. Prima, lei sapeva già dall'inizio che lavorava insieme a Ennio Morricone quando stava scrivendo il libro sul film e la seconda domanda è come si sente lei sapendo che questo film ancora adesso si ama, si vede nel cinema. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist, wussten Sie schon vor dem Beginn des Schreibens des Drehbuches dass Sie mit Ennio Morricone arbeiten würden? Und die zweite Frage ist, wie fühlen Sie sich denn wenn Sie sehen, dass dieser Film heute noch so sehr geliebt ist? Als ich das Drehbuch geschrieben habe wusste ich nicht dass Morricone die Musik dafür schreiben würde. pensavo di doverle naturalmente affidare al musicista che aveva fatto il mio primo film un musicista formidabile e generosissimo che è Nicola Piovani der war extrem gut sehr professionist fu il mio produttore er war mein produzent ma di me no Piovani va bene ma qua ci vuole di più mi disse ma di più ma di più chi? io non conosco nessuno conosco solo Piovani also mein produzent meinte ja Piovani da ist zwar gut aber man braucht hier was besseres e fu Cristaldi poi a a parlare a Ennio a fargli leggere il copione e Ennio decise di fare il film und Cristaldi hat dann mit Morricone darüber gesprochen und wir haben dann beschlossen dass Morricone die Musik schreiben würde la seconda domanda nur zur zweiten Frage non è facile rispondere perché Nuo Cina Pratico è il mio secondo film es ist nicht einfach zu antworten auf die zweite Frage Nuo Cina Pratico war mein zweiter film io fino a diversi anni fa avevo sempre sostenuto e lo avevo anche detto più volte nelle interviste che quel film mi aveva fatto vivere tutte le possibilità che un regista può avere in tutta la sua carriera e e ha avuto che il mi alle possibilità erlebano l'asso che un regista in sa carriere erlebano e è la verità perché dall'insuccesso più nero a successo più luminoso Und das ist ja die Wahrheit, vom totalen Flop auf den riesengroßen Erfolg. Also ich hatte damit wirklich alle Erfahrungen gemacht, die man in einer Karriere machen kann. Jetzt nach 26 Jahren. Und gerade in den letzten Tagen merke ich noch einen weiteren, sehr merkwürdigen Aspekt von dieser Alchimie. Also nach so vielen Jahren hätte ich eher erwartet, dass der Film einige Falten zeigt. Und ich meine jetzt nicht nur die Falten ästhetisch betrachtet, sondern einfach allgemein. Aber das war nicht so. In Los Angeles war das ein Triumph? Noch heute bekomme ich Briefe über diesen Film von der ganzen Welt. Und egal welchen Film ich gerade promote und egal wo ich bin und ob es La Miglior Offerta oder Baria oder Las Conosciuta ist, egal wie, jeder Journalist bei der vierten, fünften Frage kommt auf diesen Film. Immer wieder. In meinem Büro habe ich eine ganze Palette von Diplomarbeitern, von italienischen und ausländischen Studenten, die über meinen Film geschrieben haben. Ecco, tutto questo io non me lo sarei mai aspettato. Ma neanche dopo l'Oscar me lo sarei aspettato. Und das hätte ich damals nie erwartet, auch nach dem Oscar nicht. Also, ich habe das damals nicht bewusst gemacht, aber offensichtlich, ich scheine einen Nerv getroffen zu sein. Oder irgendwelche Mechanismen in den Gang gesetzt zu haben. Oder vielleicht geht es darum, dass einfach verschiedene Relationen in dem Film interagieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war, auch hier, am meisten. Ich habe immer eine Person, aber immer mehr als eine, die mir sagt, das Film ist, ich da kleiner, mein nennen, habe ein Film, habe ich in dem Film, und habe ich in dem Film, in dem Film, habe ich in dem Film, oder in meiner Hause habe ich in dem Film. Also jedes Mal, selbst heute Abend, als sie den Film gesehen haben, wir waren draußen, da sprach mich jemand an und meinte, wissen Sie, mein Opa, der hatte doch ein Kino und es gibt immer irgendjemand, der meint, es war ein Kino neben meiner Wohnung oder mein Opa hat ein Kino, selbst Sascha, der italienische Schriftsteller, meinte, sein Onkel hätte ein Kino gehabt und offensichtlich gibt es in der Welt eine Horde von Tutors, die ich mit diesem Film einfach alle getroffen habe. Ich wollte nur etwas Konkretes über den Drehbuch fragen. Und zwar, ich habe das Gefühl ein bisschen, dass im Film eine Art Widerspruch sich ereignet und zwar, Toto wird in dem ganzen Film gegen die Nostalgie, gegen die Erinnerung, gegen den Sentimentalismus gewarnt. Das ist eigentlich die ganze Geschichte des Filmes. Aber der Film an sich ist eine Art Denkmal der Nostalgie, ist eigentlich eine Art Denkmal der Gefühle, der Sentimentalismus. Ist da nicht so eine Art Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. Das ist einfach ein sicherer Antasten mit der Kino-Methodologie, sagen wir mal. Denn ohne Widersprüche, ohne Konflikte würde es Kino überhaupt nicht geben. Der Kino basiert auf dem Widerspruch. Ein Mann, um zu arbeiten, muss er ein Fahrrad haben und wenn er endlich mal ein Fahrrad hat, wird ihm das geklaut. In jedem Film, in jedem Film, in jedem Film macht man weiter mit Widersprüchen. Nel mio Film, ich freue mich über Ihr Kommentar. Denn wenn Alfredo sagt, lass dich von der Nostalgie nicht auf die Schulter nehmen. Das ist fast ein Exorzismus, dass man ein Film zu sehr von dieser Komponente haben würde. Und wenn man schreibt, wenn ich ein Drehbuch schreibe, habe ich immer Angst, dass ich zu viel von einer Komponente da hineinwerfe. Und deswegen muss ich eben gucken, dass ich das mit etwas anderem ausgleiche. Und manchmal hat man halt diese Methoden, dass man halt nur einen Satz in dem Kino sagt, was übrigens sehr viele Leute interessiert, weil ich werde sehr oft daran fragen gesprochen. Und da fällt mir dabei ein, etwas, was Ennio Flajano gesagt hat. Er war ein großer Intellektueller, ein großer Journalist, ein großer Schriftsteller, ein großer Schriftsteller, ein großer Autor in Italien und ein großer Autor von Drehbüchern. Er sagte, wenn du eine gute Idee hast im Kino, mach genau das Gegenteil. Maestro. Ich wollte, dass die Tradubertin die Tradubertin die Tradubertin die Tradubertin die Tradubertin weil es eine Frage ein bisschen komplizierter ist. Ich entschuldige mich mit dem Maestro Tornatore für diese Frage, komplizierter. Es ist eine etwas komplizierte Frage, deswegen möchte die Dame, dass ich das übersetze. Und sie entschuldigt sich bei ihm, weil die Frage etwas kompliziert sein wird. Ich komme aus Italien, ich habe in Italien gelebt bis vor sechs Monaten, ich habe 50 Jahre und für mich war Nuovo Cinema Paradiso einfach das Emblem meiner Generation. Also ich möchte von Ihnen wissen, und ich habe ja diesen Film gesehen, ich habe glaube ich den Film zehnmal gesehen oder so. Also du sagst ja sehr oft, dass dieser Film sehr viel im Ausland geliebt ist. Und das ist tatsächlich so. Deswegen frage ich dich, warum ist dieser Film deiner Meinung nach so sehr im Ausland geliebt und was ist aus unserer Generation, die darin abgebildet wird, geblieben? Capisco, perché hai messo le mani avanti all'inizio. Jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, dass es eine komplizierte Frage werden würde. Es ist wirklich kompliziert, la domanda. Ma innanzitutto, una piccola Präcisazione. Il film è stato amato moltissimo all'estero, lo è ancora oggi tantissimo, come se fosse uscito ieri. Also der Film, wollte ich gerade klarstellen, ist sehr viel im Ausland geliebt, immer noch. Also ob es ein neuer Film wäre. Però anche in Italien, amatissimo. Aber in Italien doch auch. Im Piego ebbe qualche problema all'inizio, come è successo a tanti altri Filmi, non è un fatto particolare. Also wir hatten ein paar Probleme am Anfang, aber das ist normal, bei vielen Filmen passiert das so. Cosa rimane dopo tanti anni della nostra generazione. Und was bleibt jetzt von unserer Generation nach so vielen Jahren? Forse il fatto che si sia creduto, lo hanno creduto in tanti. Forse la nostra generazione è quella che c'è creduto più di tutti. Che il cinema potesse veramente cambiare e migliorare la nostra vita. Dass Filme wirklich, tatsächlich unser Leben verbessern könnten. Credo che siamo stati gli ultimi a crederci. Und ich glaube, wir waren die Letzten, die an sowas geglaubt haben. E forse proprio per questo, forse una delle spiegazioni, ecco, vedete la discussione insieme, come poi porta. Forse è una delle spiegazioni alla domanda che faceva prima lei. Und vielleicht, jetzt, Sie sehen ja gerade, wie Fragen zu Antworten führen und sich dann so ganz entwickeln. Das könnte vielleicht eine Antwort auf die Frage von der Dame sein. Forse la testimonianza che molte generazioni di persone, e tra questi noi siamo stati forse gli ultimi, hanno creduto nel miracolo del cinema, come miracolo esistenziale, come miracolo politico, come miracolo culturale. E poi le cose non sono andate veramente come tutti sognavamo che andassero. Rende ancora più struggente il raccontino in fondo del mio film. Che è un racconto, sì, ben messo, ma insomma non c'è niente di trascendentale. Also, vielleicht die Tatsache, dass wir wirklich diejenigen Letzten waren, die geglaubt haben, dass Kino ein, also existenzial, politisch, kulturell, ein Wunder ist, was das Leben ändern kann. Vielleicht ist es das, weil, im Grunde genommen, ist es nur eine kleine Erzählung. Das ist ja nichts mehr als das, mein Film. Credo questo, credo che sia stato questo. Mi viene in mente, uno dei miei tantissimi viaggi di promozione del film, una volta a Londra. Da muss ich dran denken, bei einem der vielen Reisen, um die Promotion zu machen, da war ich in Londra. C'è fu una proiezione di mattina, in un cinema per la stampa, adesso non ricordo, per poche persone, ma erano giornalisti. Und da gab es eine Martiné für einige Journalisten, also das war jetzt nicht eine Publikumsoffene Sache. Alla fine c'è fu una dei saluti, cose, insomma, è un po' confuso, non conosceo la stragrande maggioranza di queste persone. Und am Ende gab es Begrüßungen und das übliche halt, und es war etwas confus, ich kannte die meisten Leute, die da waren. Und da kam plötzlich zu mir ein sehr eleganter Mann. Es war interessantissimo, proprio. Non dico, come si vestiva Philippe Noiré nella vita di tutti i giorni, ma quasi. Also ich möchte jetzt nicht sagen wie Philippe Noiré in alltäglichen Leben, aber fast. Io disse, sarai un produttore, il direttore di un quotidiano, un artista, non lo so, saviere. Ti presentiamo, Giorgio è il proiezionista del cinema. Dann habe ich mir gedacht, das ist un produzento, oder das ist ein direkter, oder sowas. Und die haben gesagt, nee, das ist der Operator. Da hat er mir gesagt, ich habe mich so ausgeputzt, weil für mich ist Ihr Film mein Leben. Und da wollte ich Ihnen Ehre erweisen. Er hatte natürlich auch als kleines Kind, wie vorhin. E' incredibile. Ancora una domanda. Sì. Se penso ai film che lei ha menzionato, questo che abbiamo visto questa sera, La Sconosciuta e La Miglior Offerta, volevo chiederle una cosa. Lo sguardo del regista sulla figura femminile, l'esperienza che ho provato ogni volta che ho visto questo film e l'esperienza emotiva che ho provato quando ho visto La Sconosciuta o L'Ultima, mi pone sempre un dubbio il suo sguardo verso la figura femminile. E' veramente molto, molto così cambiato. Also, wir haben heute von vielen verschiedenen Filmen gesprochen, wie zum Beispiel La Sconosciuta o La Miglior Offerta. Und da frage ich mich einfach, jeder Regisseur hat einen Blick auf die Figur der Frau. Und deswegen möchte ich jetzt wissen von Ihnen, hat sich Ihr Blick auf die Fraufigur so sehr geändert? Ich weiß jetzt nicht, ob mein Blick auf die Frau sich geändert hat im Laufe des Jahres, aber auf jeden Fall war es immer sehr entscheidend, dieser Aspekt. Ho sempre avuto per le donne un'ammirazione di gran lunga superiore a quella che ho avuto per i miei Eroi maschili. Also, ich habe für Frauen immer eine sehr, sehr größere Bewunderung gehabt als für alle meine männlichen Helden. Però le dirò una cosa che la turberà probabilmente. Aber jetzt werde ich Ihnen sagen etwas, was Sie vielleicht etwas verstören wird. In den ersten Filmen, also vor dem Film La Sconosciuta, Man sagte, dass mein Film einfach menschenverachtend war. Lo scrivevano continuamente. Farei tante cose. Farei tante cose, scrivano, ah, poi, la donna. Quando ho fatto La Sconosciuta, mi chiedevano, ma come ha fatto le affaire, sempre ha fatto da una donna. Also, frauenverachtend. Und als ich La Sconosciuta gemacht habe, hat man mir gedacht, wie, wie kann das sein? Es scheint so, als ob der Regisseur falls eine Frau sein konnte. In meinen ersten Filmen waren Frauen nicht an erster Stelle. Selbst wenn ich weiß, dass die Frau immer der Motor der Geschichte war, das war nie der Mann. Aber es waren halt nicht die Protagonistinnen. In La Sconosciuta war zum ersten Mal eine Frau im Vordergrund. Also, ich habe eigentlich meine Haltung gegenüber Frauen nie geändert. Klar, das hängt sehr mit der Geschichte des Filmes zusammen, aber damals mit La Sconosciuta haben alle gedacht, ich hätte so eine Wende gehabt. Buonasera, signor Tornatore. Grazie di essere venuta a Francoforte. Grazie a voi per avermi invitato. Non solo, ma è stata lei con questo magnifico film a metterci questa grande aspettativa per questa sera. Io mi sono stupita, non tanto per il fatto che si parlò appunto del fatto che questo film è un manifesto, ed è, si può dire, io più di pensare alla sua biografia personale, penso a un film storico, che racconta la storia dell'effetto, dell'impatto che ha avuto questa tecnica sulle masse. E non è stato un effetto che avvenne solo in Italia, agli italiani, penso sia avvenuto a tutti i popoli del mondo, insomma, a vedere queste figure mobili, questi dialoghi fitizi, questo mondo, un altro mondo che diventa il nostro mondo. Però mi chiedo, quando lei era giovane e scrive questa storia, a parte appunto questo grande talento che evidentemente ha già in sé, come le è venuta in mente questa cattiveria di raccontarsi una storia d'amore che non si conclude? Di una bionda, bellissima, che abandona? Perché questa cattiveria? Super. Also, wir haben gesagt, das Film ist Assembliana y Generazione, ich würde jetzt nicht in diesem Film die Autografie sehen, also für mich ist es ein Film, ein geschichtlicher Film, weil es geht ja darum, wie Kino, wie Film zum Massenphänomen wurden, wie einfach Leute angefangen haben, sich bewegende Bilder auf einer Leinwand zu sehen und wie das Ganze überhaupt die Welt geändert hat. Aber da muss ich Ihnen sagen, bei der ganzen Wichtigkeit, die dieser Film hat, Eine Frage, wie kann es sein, dass da eine Liebesgeschichte war, die nicht gut geht? Wie kann es sein, dass die blonde Frau den Mann verlässt? Wie konnten sie so böse sein? Vielen Dank für alle schöne Dinge, die Sie gesagt haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich Ihnen antworten soll, aber mir fällt gerade eine Anekdote ein, die wieder im Zusammenhang mit Mauvo Cinema Paradiso passiert ist. Ich meine Anfang 1990. Da war ich zum ersten Mal in Los Angeles mit meinem Produzenten. Da gab es eine Reihe Filmvorstellungen, aber vor allem gab es die allererste Filmvorstellung für die Mitglieder der Academy. Das Kino war etwas größer als hier, nicht sehr groß. Das waren alles Fachleute, Regisseure, Schauspieler, Produzenten. Also viele habe ich sofort kennengelernt. Das war ein sehr schönes Ereignis und sehr gefühlsbetont auch. Sie haben genau den gleichen Film gesehen wie Sie heute. Und am Ende, zwischen Händen, Schütteln und Komplimenten und 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 und. Kam zu mir jemanden mit dem Pressebeauftragten oder so? Ein älterer Herr mit sehr, sehr weissen Haaren und er stellte sich vor. Da war ich etwas überrascht. Er war der Regisseur von West Side Story. Das war der Regisseur von West Side Story. Da oben liebte ihn nicht jemand. Er hat ein paar Leute der San Pablo, Andromeda. Er hat zwei der wichtigsten Filme von Orson Welles zusammengestellt. Er war super wichtig. Ich war mit meinem Produzenten. Er gratulierte mir. Da fragte er mich, wie viel hat der Film gekostet? Ich habe die Antwort auf den Produzenten, der sagte, drei Milliarden und meins. Er hatte den Kalken und er hat ihn in Dollar gesagt. Der Produzent sagte so ungefähr dreieinhalb Milliarden. Sie haben das in Dollar umgewandelt und haben das gesagt. Wir machen nur Titel, die Test und die Coda. In Titeln von einem Film mit dem Geld. Er hat viele schöne Dinge gesagt, aber dann hat er gesagt, tut mir leid, ich muss aber noch etwas kommentieren über den Film. Wenn Totó als Mann zu seinem Dorf zurückkehrt, hätte ich ihm seine Freundin wiedergegeben. Mein Produzenten stieß mich von der Seite. Was wollte mir dir sagen? Dass ich die Klappe halten sollte. Denn das hatte ich tatsächlich gemacht. Also die Liebesgeschichte war ursprünglich nicht so, dass sie sich so auflöst. Und da gibt es halt einfach Gründe, die mit dem Business zu tun haben, die dich dazu führen, dass du Dinge machst, die du im Moment nicht verstehst, oder die vielleicht aber auch kuriose Effekte haben können. Wie zum Beispiel eine Liebesgeschichte, wo kein Mensch weiß, wie die zu Ende gegangen ist. Wie es im Leben so oft ist. Aber der Autor, der hatte diese Liebesgeschichte zu Ende gemacht. Also ich habe das Gefühl, wir warten jetzt nochmal 20 Jahre bis zum 40. Jubiläum von Versesud. Dann gibt es den ultimativen Directors Cut, vielleicht mit nochmal ganz neuen Szenen. Auf jeden Fall müssen wir beim nächsten Jubiläum nochmal Nouveau Cinema Paradiso zeigen. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ich bin sehr betrunner Tor. Laden Sie jetzt alle nochmal sehr, sehr herzlich zum kleinen Empfang, zum Jubiläum ins Artgeschoss ein. Und ich hoffe, Sie feiern alle noch unser Jubiläum. Mille Grazie. Vielen Dank.